Dann hatten wir noch Glanzpilzchen getauscht. Das waren die ganze Boren. Das muss man dann auseinander plücken. Da kriegten wir von der Mama ein paar Blätter. Da wurde dann ein Loch ingemacht. Und da durfte man die Glanzpilzchen inlegen. Wenn man die Glanzpilzchen ganz gern hat, dann wurde das Glanzpilzchen festgeklebt. Das gehe ich nicht mehr her. Hast du Engelschen? Meistens waren das viel ordentlich Engelschen. Hast du Engelschen? Ja, ich habe Engelschen. Was willst du denn dafür haben? Ja, dann möge ich das Mädchen, das Puppe-Wägelchen fährt. So ging das. Und dann haben wir eine Kuckkaste gemacht. Die Kuckkaste war in einem Schokarton. Da haben wir dann Bildchen hintereinander geklebt. Das war wie ein Theater. Du wust so.